Hallo, mein Name ist Luca Bazzanella und wir befinden uns heute auf der Berliner Fashion Week. Ich trage heute ein Boot von Burberry, meine Brille ist von Tom Ford, mein Jacket von Revue, der Rest ist Vintage, meine Schuhe sind von Tots, ich trage noch Happy Socks, Happy Socks und meine Schleife ist von dem Berliner Konzern Hetzor und ja, das ist mein Look.